Bei Odenwälder Siegfried und seiner Hofdame Simone endet die Hofwoche nach einigen Höhen und Tiefen. Beim Abschied fließen Tränen, ist alles aus bei dem Bauersuchtfrau Paar. Bauersuchtfrau Siegfried Nach dem Schmatzecklar kommt es zum Zwiebelgate. Während bei einigen Bauersuchtfraulandwirten die Hofwochen im TV gerade erst beginnen, geht sie bei Bullenzüchter Siegfried, 63, und seiner Simone, 54, turbulent zu Ende. Nach einem Kussüberfall im Keller und einem Schmatzecklar beim Spa-Date kommt es schließlich auch noch einem Zwiebelgate in Folge 6, die RTL am 5. Dezember ausstrahlte. Beim gemeinsamen Kochen wird heftig über die richtige Zubereitung von Frikadellen diskutiert. Was war da los? Dass Siegfried die Zwiebeln in XL-Ringe statt feine Stückchen schneidet, ist der Gebäudereinigerin aus Brandenburg ein Dorn im Auge. Doch der angehende Rentner beharrt auf seiner eigenwilligen Zubereitung. Auf Simones Einwand hin, ob so nicht die großen Ringe beim Braten aus dem gigantisch geformten Fleischklopsen herausfallen, kontert der Hesse, die Zwiebeln würden sich beim Braten in das Fleisch hineinziehen. Das Ergebnis scheint dem Landwirt recht zu geben, der freudig bemerkt, die Zwiebeln sind nicht mehr zu sehen. Doch Simone hat eine andere Erklärung. Die hast du aus der Pfanne gegessen, das habe ich gesehen. Und obwohl sich der sture 63-Jährige gleich doppelt so viele Bandnudeln auf seinen Teller schaufelt wie Simone, findet diese anschließend überraschend versöhnliche Worte über ihren Siegfried, das Kochen mit ihm sei irgendwie lustig gewesen. Tränen beim Abschied auf der Parkbank Wie sieht es gefühlstechnisch bei dem wohl kuriosesten Paar von Staffel 19 aus? Können sich beide eine gemeinsame Zukunft vorstellen? Ich hoffe, dass du wiederkommst, so Siegfried am letzten Tag der Hofwoche bei einem Abschiedsgespräch auf einer Parkbank. Mit diesen Worten überreicht er der 54-Jährigen einen Strauß Rosen und ein kleines Geschenk mit der Aufschrift Meine Traumfrau bist du. Simone ist zu Tränen gerührt und überfällt ihren Liebsten geradezu mit Küssen. Der Maschinenbauer wirkt leicht überrumpelt und komplett überfordert. Ich bin schon in den Siegfried verliebt und ich wünsche mir auf jeden Fall eine feste Beziehung. Schwärmt hingegen Simone Ob aus den beiden tatsächlich ein Paar wird, dürfte mit vielen Fragezeichen versehen sein. Die Antwort bekommen die Zuschauer am 19. Dezember beim Bauer sucht Frau Finale.